Hallo Borussia Mönchengladbach-Fans! Es ist eine Freude, euch wieder einmal eine brandneue Nachricht zu präsentieren. Bevor wir beginnen, vergesst nicht, euer Like zu hinterlassen und natürlich bis zum Ende zu schauen, um keine wichtigen Details zu verpassen. Heute bringen wir eine exklusive Nachricht über das Interesse des FC Chelsea an einem talentierten Spieler der Bundesliga. Laut dem angesehenen Journalisten Simon Phillips hat der englische Verein ein Auge auf Luca Netz, einen jungen 20-jährigen Linksverteidiger von Borussia Mönchengladbach. Netz hat sich in dieser Saison in der Bundesliga hervorgetan, sowohl als Linksverteidiger als auch als Linksaußen, und zeigt ein vielversprechendes Talent. Mit fünf Vorlagen in 24 Spielen in allen Wettbewerben hat er nicht nur die Aufmerksamkeit des FC Chelsea, sondern auch anderer europäischer Vereine auf sich gezogen. Phillips enthüllte in seinem Sub-Stack, dass der FC Chelsea beabsichtigt, die linke Seite für die nächste Saison zu verstärken, und Luca Netz ist einer der potenziellen Ziele. Diese Nachricht stellt Netz als eine weitere Option für Chelsea dar, das seine Abwehr verstärken will. Einige Fans bevorzugen jedoch eine erfahrenere Verpflichtung mit einer Geschichte in der Premier League. Und was denkst du, lieber Fan, über diese mögliche Verpflichtung von Luca Netz durch den FC Chelsea? Wäre es eine gute Ergänzung zum Kader? Teile deine Meinung in den Kommentaren. Wir hoffen, dass euch diese exklusive Nachricht über das Interesse des FC Chelsea an Luca Netz gefallen hat. Vergesst nicht, dieses Video mit anderen Fans zu teilen und euch für weitere Updates über Borussia Mönchengladbach und die Welt des Fußballs anzumelden. Bis zum nächsten Mal!